Dieser Kanal ist definitiv kein verschwörungstheoretischer Kanal, denn in diesem Kanal geht es nur um Fakten. Und alles, was ich jetzt machen werde, ist durch bestimmte Fakten darlegen, die anscheinend nicht durch die Medien gehen, sondern nur bestimmte Dinge, die euch mit Falschaussagen anscheinend hier versorgen. Komischerweise wird gerade massiv Panik verursacht. Ich zeige euch mal, was eigentlich passiert und wie die Menschen durch Medien mit Falschaussagen beeinflusst werden können. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, nur wenn ihr dranbleibt. Die Süddeutsche Zeitung, meiner Meinung nach einer der seriösesten Zeitungen, die Deutschland so zu bieten hat im Lande, sagt das neue Virus. Als allererstes gibt es was verschwiegen wird in den Medien und das ist unglaublich. Es ist ein patentiertes Virus. Niemand darf es sonst herstellen. Du meinst herstellen? Daher kann es auch aus dem Labor kommen. Die Frankfurter Allgemeine spricht vom Fischmarkt. Dort trat es aber auf. Hm. Doch spannend ist doch zu sehen, gibt es tatsächlich eine Patentnummer zu diesem Virus? Und ich sage euch, ja, die gibt es. Und es wurde vor kurzem sogar noch zwei Patente angemeldet. Komischerweise eins 2016, aber das war nicht gut genug. Es musste noch besser geschützt werden, diese Zusammensetzung dieses Virus. Und dann nochmal 2019, Juli, vor einem halben Jahr. Doch ist das Ganze wirklich seriös, was dort freigegeben wird, preisgegeben wird? Es gibt ein Google-Patentsuche. Ganz einfach. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und habe diese Nummer, diese Patentnummer, die dort angegeben wird, eingefügt. Oh, interessant. Es wurde mir sogar vorgeschlagen. Anscheinend sind die Suchanfragen schon da gewesen. Oh, es gibt sogar ein riesiges PDF dahinter. Da hat man sich aber sehr viel Mühe gegeben, dass dieses Virus bloß niemand anderes entwickelt. Hier steht etwas von Proteinen und Antigen von dem Virus und so weiter und so fort. Schon mal sehr komisch, die Panikmache. Mich wundert die Vehemenz mit dieser Nachricht, die plötzlich durch die Presse geprügelt werden. Zum Vergleich sind es 450 Fälle in China auf die Bevölkerung 1,4 Milliarden. In Deutschland haben wir 80 Millionen und hatten circa etwa so über 800 Fälle, beziehungsweise Tote, Tote, ja, Tote. Für Ehekerkrankungen, denkt ihr, ein Chineser hat von der Ehek-Pandemie, Anführungsstrichen, in Deutschland erfahren. Ich glaube nicht mit dieser Vehemenz. Zum Vergleich, jeder Hunderttausendste hat eine Ehek-Infektion, oder ist durch Ehek gestorben. In China ist es jeder Drei-Millionste. Und hier weiß plötzlich in Deutschland jeder von dieser Erkrankung, ich meine, momentan ist es noch 32 Mal geringer zu der Ehek-Infektion, die wir hier hatten. Und dann halt das, was in China jetzt gerade abläuft. Es passt gerade nicht so ganz für mich zusammen, versteht mich jetzt nicht falsch. Die Pandemie ist wirklich schrecklich und ernst zu nehmen und darf auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden und so weiter. Durch diese extreme Vehemenz. Das ist mir irgendwie so ein Dorn im Auge, ich verstehe nicht. Bis mir auffiel, dass plötzlich Medien von Impfungen gesprochen haben, wie schlimm das Virus sei, aber es noch keine Impfstoffe gebe und diese erst in einem Jahr da sind. Und dass man sich theoretisch, so wirkt es für mich, freuen sollte, wenn sie endlich da sind. Und auch hier leisten die Medien ganze Arbeit. Es gibt schon anscheinend Fälle in Europa. Doch wo ist der Impfstoff? Keine Panik, Leute. Da gibt es welche, die sich dem schon lange voraus sind und sich schon Gedanken gemacht haben. Und eine Impfstoffzusammensetzung gegen Coronavirus-Infektionen schon seit 2005 bereits besteht. Seit 16 Jahren. Gibt man diese Zahl in eine Patentsuche rein bei Google. Oh, er wird mir wieder direkt fündig vor der Impfzusammensetzung. Und inklusive PDF und allen schon seit 16 Jahren inklusive Versuchstudien und so weiter und so fort. So, schön und gut bisher. Doch, ganz so einfach ist das Ganze dann eben dann doch nicht. Denn das Patent auf den Virus stammt nicht von dem Coronavirus, von dem neuartigen 2019-NCOV. Dazu muss man wissen, dass Coronaviren keine einzelnen Virus darstellen, sondern eine Familie angehören. So wie damals das SRS oder das MRS. Sehen wir hier in der Studie und noch weitere. Das jetzige Coronavirus trägt die Bezeichnung 2019-NCOV. Wenn man sich die Patente anschaut, handelt es sich nicht um jenes, sondern um das PEDV zum Beispiel im neuesten Patent. Welches zum Erbrechen führt und nicht die Atemwege und wie die Nieren in dem Maße attackiert. Schauen wir uns das mal in der Systematik an. Sehen wir hier, dass es zu den Coronaviren gehört, ja, aber zu der Untergattung PEDA-Coronaviren. Scrollen wir weiter runter, sehen wir, dass das mutierte Coronavirus, das jetzige, zu einer noch nicht wirklich klassifizierten Familie gehört. Die Beta-Coronaviren als Unterfamilie sehen wir hier. Das heißt zu einer völligen anderen, auf der das Patent angemeldet worden ist. Das ist nicht das Gleiche und sehr nahe an dem SRS-Virus liegt in der Systematik, sehen wir hier. Was auch Sinn macht, denn zuvor schrieben natürlich einige Artikel, dass die 70-prozentige Übereinstimmung von Schatten gegangen ist mit dem SRS-Virus. Daher auch die sehr nahe Verwandtschaft. Öffnet man das Patent zu der Coronaviren-Impfstoff, besteht kein konkreter Impfstoff gegen das mutierte 2019-NCOV, sondern für Viren wie das SRS-Coronavirus stattdessen, sehen wir hier. Was mich aber sehr stutzig macht, doch steht nicht genau, dass es für das SRS ist, sondern wie Viren wie das SRS. Und wie wir gerade gelernt haben oder ich beziehungsweise gedeutet habe, oder auch geschrieben worden ist, dass der nächste Verwandte von dem SRS eben das neuartige 2019er-NCOV ist, das Coronavirus aus Wuhan. Von daher ist es für Viren wie dieses SRS gemacht und das neuartige ist sehr nahe an dem. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen komische Formulierung an dieser Stelle. Andererseits muss es natürlich genau benannt sein in dem Patent, um davon Nutzen zu erzielen. Von daher, das konnten sie natürlich dann nicht in dem Patent, weil das Virus gab es ja noch nicht. Das hat noch keinen Namen gehabt, das jetzige. Schaut man sich die Patente an, von wem sie denn kamen, wird klar, dass es kleine Labore sind hier, die mit so drei Mitarbeitern oder ein bis zehn Mitarbeitern dementsprechend höchstens arbeiten. Wieso tun diese dies? Dass, wenn dieses Virus ausbricht, sie direkt den Impfstoff parat haben und ihn für jede Summe verkaufen könnten. Eine Art Geschäftsmodell entsteht, so finde ich. So wie Menschen, die willkürlich Marken anmelden, so wie meine alte Marke, VitaSomal, jetzt natürlich PuraZell, und nicht zwangsläufig dementsprechend dann auch die Menschen dann Geld von mir verlangt haben. Stellt euch mal vor, Labormitarbeiter jubeln diesen Viren in die Menschenmasse. Eine Pandemie bricht aus und komischerweise hat gerade dieses Labor den Impfstoff parat und gegebenenfalls patentiert und wird reich. Das müsste definitiv anders geregelt werden, damit solche Szenarien niemals passieren könnten überhaupt. Das ist nur eine Theorie jetzt von mir, was passieren könnte überhaupt. Oder stellt euch mal vor, es gäbe Lobbyisten aus der Politik, die Subventionen solcher Forschungen veranlassen, von Steuerengeldern und damit mit profitieren könnten. Wenn so etwas gäbe, dann wäre es wirklich schrecklich. Ein Konglomerat von Unreimheiten erschüttert mich aber, als ich las, dass Bill Gates ein Hauptfinanzierer zu sein scheint, von diesem Institut scheint. Das Komische ist, dass Bill Gates vor kurzem eine Pandemie prognostizierte in einem Interview, die 33 Millionen Menschen töten könnte auf viralen Ursprungs. Am 18. Oktober 2019, lange vor dem Ausbruch des Virus, veranstaltet die Bill Gates und Melina Gates Stiftung, die Johns Hopkins Bloomerang School of Public Health und das World Economic Forum gemeinsam eine Veranstaltung in New York, bei der politische Entscheidungsträger, Beamte, Führungskräfte und Gesundheitsexperten zusammen in einem simulierten Coronavirus-Ausbruch arbeiteten. Die Videos sehen wir hier alle unten auch eingeblendet. Das ist real. Dieses hier zu sehen, auch in den Videos, wie gesagt, das Event 201. Kann man auch nochmal googeln, wenn man das auch nochmal will. Wir resultieren aus dem Event 201, welches eine Pandemie nachstellte, die Stiftung von Bill Gates folgende Maßnahmen parat. Die sehen wir hier. In Punkt 4 geht es um die Impfungen, in dem mehr Geld fließen sollte, um jene zu verhindern. In der neuen Ausgabe von Business Insider erscheint ein Artikel, dass die gleichen Organisationen von Bill Gates, die sich vorher, bevor das Virus ausbrach, zu einer eventuell bevorstehenden Pandemie äußerte, so wie das Event mitwirkte, welches eine Virus-Pandemie simulierte, jetzt auch ein Virus-Impfstoff entwickeln will gegen die Pandemie des Viruses 2019-n-COV. Das war es von mir, vom Faktencheck. Bild dir selbst deine Meinung dazu. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben für meine Arbeit. Würde mich super freuen, wenn du den Kanal abonniert, dann mal auf die Glocke drückt, damit ihr immer informiert werdet, wenn ihr das Video kommt. Und euch sehr freuen, auf purazell.de euch zu sehen. Meine lieben Sommaren Supplements mit viel bisschen höher auf ihr Verfügbarkeit, um dieses überhaupt nicht alles zu finanzieren, was ich so mache. Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön für deine Unterstützung. Bis gleich auf purazell.de. Ciao.